Moin Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Top-Listen-Video und ich hatte überlegt, was machen wir diese Woche und ich bin bei der Recherche auf Rastklarker, glaube ich, der Kanal. Das ist ein amerikanischer ARC-Youtuber, der im Prinzip auch so Top-Videos teilweise macht, aber auch viele andere Sachen und bei dem ging es gerade um das Thema, welche Sachen haben das Spiel so gesehen verändert, die reingepatcht worden sind über die ganzen Jahre und ich habe gedacht, die Idee finde ich eigentlich ganz geil, weil es gibt viele Dinge da draußen, die wusste ich manchmal gar nicht, dass die früher anders waren und haben jetzt das Game verändert. Dann hatte ich überlegt, kann man das irgendwie ranken und es ist schwer, weil nach was will man das ranken? Rankt man es nach, wie viel hat es das Spiel beeinflusst, auf was davon könnte ich verzichten? Es ist schwer zu ranken. Deswegen würde ich sagen, wir machen es einfach so, wir machen einfach hier, dass wir 10 Sachen haben, die das Spiel verändert haben, ohne so ein richtiges Ranking. Ich hau zwar mittendrin so ein bisschen raus, ob ich es jetzt schlimm fand oder nicht so schlimm fand und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wusstet ihr zum Beispiel, dass diese Sachen früher anders waren? Wie findet ihr diese Dinge, die reingefügt worden sind oder habt ihr vielleicht sogar andere Sachen, die verändert worden sind, die ich vielleicht gar nicht aufgelistet habe? Ich würde sagen, wir geben meine Liste einfach mal von oben nach unten und ich würde sagen, wir fangen mal an mit den Cryopods oder Cryopods, wie auch immer man sie ausspricht. Ich würde sagen, Leute, das ist wirklich eine geile Funktion, hauptsächlich natürlich, um die Zucht zu verändern, weil ihr müsst überlegen, früher, bevor es Cryopods damals gab, konnte man einfach nichts kapseln. Das heißt, habt ihr ein Baby ausgeworfen, was teilweise früher ja sogar mehr als einen Tag auswachsen musste, konnte ich das nicht kapseln. Das heißt, ich weiß noch, zu meiner Offyspieler-Zeit am Anfang haben wir uns Timer gestellt auf dem Handy, wo auch immer und haben dann halt alle paar Stunden, wenn eine Prägung sein musste, einfach eingeloggt, also nachts aufgestanden und einen Dino geprägt. Ja, das war ein bisschen crazy früher. Es ging ja nicht anders, man wollte 100% Prägung haben und was soll ich machen? Ich kann ja nicht einkapseln und nachts will ja auch geprägt werden, wisst ihr? Und das war eine Sache, die natürlich mega Vorteil erfahren. Ich will auch ganz ehrlich sagen, bis heute glaube ich nie wieder ohne diese Funktion spielen, aber es hat viel andere Sachen kaputt gemacht und daher hätte man sagen können, Cryopods nur für Babys wäre mir fast sogar lieber gewesen, weil ich weiß, wenn viele sagen, wenn ich draußen ein Dino tame, dann muss ich ihn nach Hause bringen. Ja, aber das war früher eigentlich auch ganz geil. Überleg euch mal, man hat früher im Schneegebiet Wölfe gezähmt und ihr habt einfach unten links auf der Island irgendwo auf der Insel gewohnt. Was hast du gemacht? Du musst ein Boot bauen oder musst mit dem Team über die ganze Karte reiten, um überhaupt das Ding nach Hause zu bekommen, weil es gab ja keine Kapsel. Wolltet ihr zum Bosskampf gehen? War gefühlt der halbe Bosskampf der Weg bis zum Boss-Terminal. Überlegt euch mal, egal wo ihr jetzt gerade spielt, ihr wollt zu einem Boss-Terminal, weil ihr einen Boss machen wollt. Ihr müsst also laufen? Schon hart. War aber auch geil, dementsprechend. Plus natürlich als letztes muss man sagen, Dungeons waren schwerer. Also wenn ihr überlegt, alle Dungeons fasst, muss man irgendwo reinkriechen. Mittlerweile kann man einfach drinnen Dino auskapseln. Das ging halt früher nicht. Früher musstet ihr die ganzen Ragnarok-Dungeons oder die Island-Dungeons ohne Dino spielen, was auf jeden Fall finde ich mehr Spaß gemacht hat. Klar, ich weiß, man konnte auch oft schon früher so machen, dass man irgendwie Wolf-Babys und so durch diese Ritze durchlaufen lässt und auswachsen lässt, aber das würde ich halt mega anstrengen und das hat wahrscheinlich kaum einer gemacht. Deswegen Triopods ein sehr großer Punkt und eigentlich der erste Punkt. Ich finde, der Arc ist sehr, sehr stark verändert hat. Das nächste war der Flyer-Nerf und das ist nicht ganz so viel, was der Flyer-Nerf ja ganz am Anfang konnte. Man jedes Flugtier auf jeden Fall auf dem Movement-Speed-Level. Mittlerweile kann man das wieder aktivieren, aber standardmäßig war das früher automatisch an. Hat zu krassen Lecks geführt, weil man einfach Petris und so auf utopischen Movement-Speed gelevelt hat und einfach dann nur Blue Screams hatte. Finde ich jetzt gar nicht so schlimm, dass das reingefügt worden ist. Das Netzprojektil, Leute. Das Netzprojektil kam mit Genesis 2. Mit dem kann man Dinos netzen. Finde ich grundsätzlich eigentlich nicht verkehrt, weil das relativ, ja, realistisch ist. Für gerade kleinere Dinos auf jeden Fall würde man in echt auch wahrscheinlich nutzen können. Gehe ich mal von aus. Keine Ahnung. Jagen ist nicht gut, aber jetzt, was ich meine, Netzprojektile wäre, glaube ich, machbarer. Ich finde es ein bisschen schade, dass man damit halt zu übertrieben hat. Ich finde, dass da mal damit bei waren, Quätze und so, ja, Netzen gerne ist schon ein bisschen krass. Ist aber irgendwo, finde ich, noch akzeptabel. Es gibt schlimmere Sachen in dieser Liste als das Netzprojektil. Hat aber auf dem Fall auch ein klein bisschen was verändert. Der Tech-Anzug, Leute. Genesis 2 Tech-Anzug. Das bezieht sich mehr auf Genesis 2 selbst, dass man das Ding halt ohne Elementverbrauch nutzen kann. Generell, der Tech-Anzug war schon krass und könnte auch als eigenständiger Punkt hier in die Liste reinkommen. Aber der Genesis 2 Tech-Anzug, finde ich, sprengt nochmal den Rahmen, weil warum bringt man etwas rein, was normalerweise Ressourcen kostet und man kann es einfach ohne Ressourcen nutzen. Man kann fliegen. Ihr könnt überlastet laufen. Ihr könnt damit Sachen farmen. Ihr könnt damit einfach jeden Dino theoretisch am Anfang schon tamen, weil man könnte mit Zeitspiel wahrscheinlich auch einen Gigabit einer Steinstäule tamen. Na gut, das wäre ein bisschen krass, aber ich meine, man fliegt einfach oben drüber und schießt runter. Finde ich überhaupt nicht gut. Hätte man, ich glaube, hätte man auf Genesis 2 keinen Tech-Anzug, wäre die Karte, finde ich, um Längen besser gewesen. Deswegen eine Sache, die für mich auf jeden Fall nicht hätte drin sein müssen. Ja, das letzte, äh nicht das letzte, das ist mittlerweile das fünfte, wir sind mit der Hälfte angekommen. Der Fjordhalk, Leute. Ja, ich weiß, Loot zurückbringen ist eine coole Funktion. Verstehe ich, warum man das macht. Man kennt es, man hat immer wieder mal was einstecken, was man eigentlich nicht hätte einstecken haben sollen. Ich kenne genug Leute, falls Blacky zum Beispiel das Video schaut von meinen PS4-Servern damals. Ich kenne noch die Situation, wo wir in der Sumpfcave waren, er gestorben ist und ich gesagt habe, komm, lass mal nicht mehr reingehen. Und er hat geschrieben, er hatte der Party gesagt, jo, aber ich hatte meine Gigababys einstecken, ich muss wieder rein. Und ich denke so, what? Warum Gigababys sind der Sumpfcave dabei, wisst ihr? Aber man kennt es einfach. Und natürlich, für so eine Situation ist Loot zurückbringen eine sehr, sehr vorteilhafte Sache. Aber nur weil es vorteilhaft ist, heißt es nicht, dass es spielfördernd ist. Wisst ihr, was ich meine? Man kann jetzt ohne Bedenken einfach irgendwas tun und man hat eigentlich, gut, klar, der Fjordor kann auch sterben und bringt den Loot zurück und er backt auch manchmal ein bisschen rum, das stimmt. Aber man kann so weit hingehen, man nimmt jetzt organsches Polymer mit, geht in den Dungeon, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, auf Ragnarok in den Dungeon mit dem Lava Golem, wo man nun mal den ganzen Weg zurücklaufen müsste. Ihr geht hin, holt das Artefakt und sagt, nö, ich habe auch keinen Bock mehr zurückzulaufen. Also esse ich einfach ein organsches Polymer, sterbe dadurch, spawne im Bett, mein Fjordor bringt mir meinen kompletten Loot zurück und ich spare mir einfach den Weg. Ich bin irgendwo am Metallfarmen und habe aber keinen Bock mehr zurückzufliegen, weil ich gerade irgendwie faul bin. Ja, okay. Ich überlade mich einfach in mein Inventar und ich sterbe halt einfach und bin in meiner Base. Wisst ihr, was ich meine? So, dieses Grundkonzept ist, finde ich, schon gut, aber zu krass ausnutzbar. Man kann halt einfach, dass viele Sachen sich zu extrem einfach machen, finde ich. Man hätte vielleicht anpassen können, dass der Fjordor nicht immer alles tragen kann, sondern dass das Inventar vom Fjordor, also man kann ja im Prinzip, wenn der Fjordor 500 Gewicht hat, 20.000 Gewicht könnte er im Prinzip trotzdem bringen, weil das Gewicht da für diese Funktion uninteressant ist. Man hätte vielleicht so machen können, dass der Fjordor sein Gewicht relevant ist, dann müsste man ihn zumindest auf Gewicht leveln, man müsste ihn vielleicht züchten. Wäre es einen Ticken schwerer wieder, was dann wieder das Ganze besser macht. Deswegen wäre es mit einem Ticken angenehm, aber gut. Wie gesagt, ist halt jetzt drin. Ich möchte an der Stelle sagen, Leute, bevor bitte die Kommentare kommen, dann spiel doch nicht mit diesen Funktionen, weil ich sehe, dass du das gerade kommentieren möchtest. Mir geht es ja nicht darum, dass die Funktionen mich nerven und ich sie nicht nutzen möchte. Es sind Quality-of-Line-Verbesserungen. Man wird nie wieder ohne Cryopods spielen. Man wird nie wieder wahrscheinlich auf Genesis ohne den Tag-Anzug spielen. So ist es einfach leider. Nur weil ich sie nicht unbedingt extrem gut fand, heißt es ja nicht, dass ich sie nicht nutze. Ich sage nur, es hat das Spiel auf jeden Fall verändert. Bitte versteht mich da hier in dem Video nicht falsch. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist der Taming-Tracker. Den finde ich persönlich gar nicht so schlimm. Ich meine, ich kenne zwar die geilen Situationen, so, dass man früher einen Dino gelegt hat. Man fliegt zur Base-Circle und denkt sich so, hm, wo lag der eigentlich? Scheiße. Und man findet ihn einfach nicht mehr, weil er irgendwo im Gebüsch lag und man einfach nicht bei diesem Punkt fand. Ich habe früher oft ganz irgendwie so Fackeln da rumgebaut oder so, dass ich einfach den wieder finden konnte, wenn es zumindest Nacht wird. Aber der Dino-Tracker macht es halt einfach wesentlich einfacher zu sagen, jo, da hinten liegt mein Dino und ich blende mir das ein und ah, okay, Topo ist noch nicht unten. Und früher hat man da auf Dodo-Decks, finde ich, so Timer und sowas gestellt, dass man wusste, ah, okay, ich muss ihn gleich nochmal nachnarkotisieren, weil er, das gibt es halt jetzt auch nicht mehr tödlich, weil man den Dino-Tracker hat. Zusätzlich könnte man den Dino-Tracker auch dafür nutzen, wenn man sich gegenseitig sucht. Also man kennt es oft, man spielt zu zweit und man, ey, wo bist du eigentlich? Ja, ich bin hier bei 50-50 an so einem komischen Baum mit so einem Berg. Ich bin aber auch hier, aber da ist keiner. Ja, aber ich bin auch hier. Man kennt die Dialoge. Jetzt kann man es halt so machen, ich meine, klar, nicht immer situationbedingt, aber ich sage jetzt mal als Beispiel, ihr habt eine Waffe dabei, die betäubt, da läuft gerade ein Parer rum, ihr ballert einfach einen Parer an und markiert den oder lasst eure Kumpel den Parer markieren und sagt, hey, ich bin da bei dem Parer. Macht es auch einfacher, ja. Wir haben ein Video für Tipps und Tricks eigentlich. Deswegen ist es okay, macht ein paar coole Situationen ein bisschen aus dem Game raus, aber ich könnte so gesehen auch, wie gesagt, damit locker leben. Das Kibbel-System, Leute, der nächste Punkt. Ja, viele kennen es gar nicht mehr, früher war Kibbel anders. Und das vermisse ich sehr extrem, weil früher war es so, es gab nicht nur diese fünf Kibbels und man kann das Beste nehmen, damit alles tame, sondern früher gab es Dino-bezogenes Kibbel. Was meine ich damit? Ich kenne nicht mehr die genaue Reihenfolge jetzt gerade, aber vom Konzept her. In Dodo tamt ihr einfach so. Mit Dodo-Eiern macht ihr Dodo-Kibbel, damit könnt ihr Paras zum Beispiel schneller tamen. Um Dreix schneller tamen zu können, benötet ihr Kibbel aus Parer-Eiern, also musstet ihr halt Paras haben. Wolltet ihr zum Beispiel ein Rex haben, brauchte man Skorpione, also wenn man Rex schneller tamen wollte, also brauchte man Skorpion-Kibbel, also musste man Skorpione holen. Um zum Beispiel aber einen Quetz zu tamen, brauchte man Rex-Kibbel, also hat man Rex-Gar. Ja, es war dann so aufgebaut, willst du gewisse Tiere schneller tamen oder besser tamen, musstest du einen Dino vorher haben, den du haben wolltest. Und das war einfach so, man musste mehr Dinos tamen. Man war, ganz ehrlich, jeder Spieler hatte früher, der Rexe züchten wollte, Skorpione getamt. Wer tamt heute Skorpione? Nicht mehr so viele. Und das hat dieses System ausgemacht, dass man einfach Dinos, ja, sich besorgt hat, die man sonst nicht besorgen sollte. Ich glaube, beim Giga war es auch, glaube ich, so, dass man irgendwie das goldene Hespirones-Ei oder so gebraucht hat. Ich weiß nicht mehr genau, aber wie gesagt, es gab halt Sachen, die man früher gebraucht hat. Titan-Bohr-Eier zum Beispiel hat man auch für ein oder andere Kibbel gebraucht. Und es ist schade, weil so hatten viele Dinos, auch wenn es zwar traurig ist, aber zumindest den Zweck, jo, du gibst mir halt Eier für Kibbel. Wisst ihr, das hat man halt heute nicht mehr. Heute holt man sich auf einigen Servern Dionicus oder Wyvern oder was auch immer, macht das hellblaue Kibbel und tamt damit einfach alles. Das fand ich früher cooler, muss ich ehrlich gestehen. Das Kibbelsystem war umfangreicher auf jeden Fall vom Aufwand her. Auch mehr Eier-Management, ja. Man musste wie viel, viel mehr Eier sortieren, da gucken, die Ressourcen, die Rezepte, die Rezepte. Es war mehr Aufwand auf jeden Fall. Wir hatten früher in der Base immer, weiß ich noch, so Schilder stehen mit, das sind die Rezepte für zum Beispiel Rex-Kibbel und so. Das war schon ganz geil. Punkt Nummer 8. Tech-Dinos. Ja, Tech-Dinos, Leute. Kam auch erst später, gab es nicht zum Release. Es gab noch keine Tech-Paras. Erst waren es, glaube ich, nur Skins. Dann wurden es Dinos, die wild rumgelaufen sind. Und ich muss ehrlich gestehen, die sehen cool aus. Klar, der Tech-Rex könnte einen kleinen, cooleren, coolere Augen haben. Die Augen wirken beim Tech-Rex würde nicht so. Aber der Rest ist ein cooles Dinos. Technisch mal, Leute. Nur weil ich jetzt nicht der größte Tech-Fan bin vom Spieler richten, heißt das nicht, dass ich das nicht mag. Ich mag auch futuristische Sachen. Ja, wenn gerade bei mir auf Twitch bei Primal 4 zum Beispiel reinschaut, da bauen wir ja auch zum Beispiel futuristisch. Also ich bin nicht komplett dagegen. Ich finde nur, wenn man Ragnarok zum Beispiel als Landschaft betrachtet, finde ich, passt da kein Tech-Para rein. Von der Optik her einfach. Ich hätte es besser gefunden, hätte man die Tech-Dinos zum Tamen spezifisch gelassen. Wie zum Beispiel, Tech-Dinos sind Extinction-Tiere, weil da passen sie perfekt rein. Man hätte sie zwar mitnehmen können auf andere Karten, aber ich finde, man hätte sie nicht wild rumlaufen lassen müssen. Da hätte man sie noch in Genesis 1, in Genesis 2 packen können. Da passen sie auf dem Setting rein. Aber ich finde halt nicht, dass sie wild auf der Island rumlaufen müssten. Fühle ich nicht so vom Style auf jeden Fall her. Jetzt kommt eine Sache, Leute, und ich glaube, viele wussten gar nicht, dass die mal nicht drin war. War der Todesstrahl. Was meine ich damit? Ja, wenn ihr sterbt, habt ihr einen grünen Strahl, wo euer Lut ist. War früher nicht. Früher bist du rumgelaufen und musst das Gefühl beim Laufen, wenn du merkst, oh kacke, da ist ein Dreiraptoll hinter mir her. Ich glaube, ich werde gleich sterben. Wo bin ich? Ah, okay, da ist der Fluss, da oben ist der Berg. Vielleicht finde ich meinen Loot, wenn ich Glück habe, wieder. Und das war natürlich eine Sache, wo man sagen muss, okay, es ist halt wirklich survivalmäßig, weil man einfach seinen Loot besser aufpassen muss. Generell alle diese Sachen, Leute, die hier das ganze Game vereinfachen, machen natürlich den Punkt, dass man weniger achten muss. Ja, also früher musste man gucken, wo bin ich, weil ich musste auf meinen Lootstrahl achten. Es gab keinen Fürthork, es gab auch keine Cryocups, das heißt, Dinos sind dann unterwegs, meins auch gestorben. Man musste wesentlich mehr aufpassen, was halt auch mehr zu einem Survival-Game halt passt. Mittlerweile, mal ganz ehrlich, Hand aus Herzen Leute, die auf Server in Ewigkeiten spielen, wie oft sterbt ihr? Also in der Woche vielleicht einmal an vielleicht Dummheit statt irgendwie an Schwierigkeiten des Spiels. Außer jetzt Bosskämpfe, aber dann einfach nur an der Wildnis. Irgendwann ist man da so ein bisschen raus. War früher zwar auch irgendwann mal, aber es war ein bisschen gefährlicher, wisst ihr? Also Todesstrahl finde ich ganz gut, dass er drin ist, weil das war doch ein bisschen krass. Weil halt so, wenn so ein Loot-Bag in so einen Busch gefallen ist, dann, ja, man hat seinen Loot eigentlich ganz oft, ich bin früher ganz oft einfach nicht losgelaufen, weil ich wusste genau, jo, ich finde den eh nicht mehr. Und als letztes, Leute, als aller, allerletztes, was könnte es sein? Der Ei-Inkubator. Warum der Ei-Inkubator? Ja, ich finde, der Ei-Inkubator hat für mich persönlich einiges kaputt gemacht, weil er es wieder mal rum erleichtert hat. Wer kennt es noch, Leute, den Klimaanlagenraum. Man hat ganz viele Klimaanlagen gehabt, man hat immer die Eier eingeworfen. Ich weiß, meine PS4 hat immer geweint, wenn ich das gemacht habe. Vielleicht hat man es auch ein bisschen einfach aus Server-Performance-Gründen und Spiel-Performance-Gründen gemacht. Aber der Inkubator, Leute, ihr legt ein Ei rein, ihr seht direkt, ob er eine Farbmutation hat, ihr legt direkt, ob er die Werte kopiert, er übernommen hat. Das heißt, ist das Ei kacke und hat nicht, was ich will, mache ich es kaputt. Früher war das so, du musst einfach hinwerfen und dann sind die Eier aufgeploppt und dann, oh, geil, orange und, oh, guck mal, der hat blaue Flügel. Und jetzt ist halt, ich lege ein Waiwan-Ei rein und sehe, oh, cool, guck mal, der schlüpft da, der hat eine blaue Farbmutation, okay. Ah, okay, die zehn Eier sind kacke, die kann ich wegschmeißen. Fand ich, ist so ein bisschen dieses, ich nenne es mal leicht Lootboxen-System, fand ich früher irgendwie besser, weil man hatte diesen Überraschungseffekt. Man hat die Eier rausgeworfen und es war wieder nix und wieder traurig. Und der andere wirft und buff Farbe, buff Farbe. Und jetzt ist es halt, ja, ich meine, es ist jetzt kein richtiger Game-Changer, weil natürlich, ob ich jetzt zehn Eier brüte oder zehn Eier in den eigenen Kubator setze und alle zehn schlecht waren oder aus einem ein Gutes kommt, ist das gleiche Resultat im Endeffekt. Mir geht dann nur so ein bisschen dieser Spielspaß ein bisschen kaputt. des Klimaanlagenraums und des Aufploppens und, wisst ihr euch mal, fand ich irgendwie cool. Mache ich heute auch sehr gerne, auch auf meinen Servern, dass ich oft gerne lieber die Klimaanlagentechnik benutze, anstatt, ja, den Einkubator. So Leute, das waren an der Stelle zehn Sachen, die ARC über die Jahre verändert hat. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was stört euch davon? Fandet ihr alle Sachen geil? Wolltet ihr lieber was haben wie früher? Ich würde sagen, ich kann am Ende ja mal ganz kurz durchgehen, was ich rausnehmen würde und was ich drin lassen würde. Danach könnt ihr mal schreiben, wie es bei euch ist. Also, Cryopads, wenn sie nur für Babys zählen, würde ich sie auf jeden Fall sonst deaktivieren, aber sonst auf jeden Fall drin lassen, so wie sie gerade sind. Flyer-Nerf, gut, auf dem PC stört es nicht, also kam wieder rein. Netzprojektile können drin bleiben. Genesis-Tackernzug auf jeden Fall raus, also so wie er ist. Fjordhok, raus. Dino-Tracker kann drinne bleiben. Kimmelsystem bitte wieder raus, ich hätte gerne wieder das alte System. Tech-Dino ist auf jeden Fall raus. Todesstrahl kann drinne bleiben. Ein Inkubator raus. Das wären so meine Sachen, die ich am Ende, wenn ich sie jetzt ändern müsste, tun würde. Also, vielen Dank fürs Zuschauen. Teilt das Video gern. Auch auf Facebook, Discord würde mich freuen. Einfach mehr, dass wir mehr Reichweite generieren. Geht ihr jetzt jedes Like, jedes Kommentar, jedes Abo. Leute, tut den Kanal mega, mega unterstützen. Also, natürlich auch schon mal vielen, vielen Dank. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dennne. Ciao.